Ich habe jetzt ein Jahr im Ausland gespielt, gut weiterentwickelt, würde ich sagen. In Bremen habe ich zwei schöne Jahre gehabt, in meinem Heimatverein gespielt und ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht. Da hat sich viel getan, seitdem ich jetzt weg bin. Ich bin gespannt. Mit Moppis habe ich mit dem Tor-Trainer Kontakt gehalten und der Kontakt ist nie abgerissen. In den letzten Jahren bin ich einen Tag zweimal im Pokalfinale gestanden. Sicherlich hat man das immer verfolgt und mitgefiebert im Pokalfinale. Als ehemaliger Spieler verfolgt man natürlich seine Vereine. Damals war eine schöne Zeit gewesen. Ich glaube, jeder Eintracht-Fan erinnert sich daran. Die Reisen, die über 10.000 sind mit zu den Spielen gefahren. Die Stürmung war immer auswärts, wie als wir ein Heimspiel hätten. Ich freue mich jetzt wieder auf die Zeit. Es ist schön, wieder ein Teil davon zu sein und ich freue mich einfach wieder hier zu sein.